Bei Deutschen Leitindex scheint der Knoten wahrhaftig zu platzen. Am Freitag vergangene Woche schloss der DAX schon oberhalb der Oberseite der Handelsspanne bei 15.553, ganz knapp nur. Das heißt, zur Bestätigung bräuchten wir noch einen Tag zusätzlich auf Schlusskursbasis oberhalb der genannten Widerstandsmarke. Dann wäre der Weg in der Tat frei und das nächste Ziel wäre dann die psychologische Marke bei 16.000 Punkten.